Grüß Gott und herzlich willkommen zum sechsten und letzten Teil. Es soll kurz darum gehen, wie stellt man ein Examen zusammen? Ein Examen ist einfach eine Sammlung von Fragen unter einer bestimmten Oberfläche mit gewissen Auswertungsmöglichkeiten. Wie bekommt man sowas in ein Learning-Management-System, also zum Beispiel in Moodle herein? Und dann kommt so eine etwas erweiterte Anwendung. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie das funktioniert, dass man Aufgaben hat, die in gewisser Weise offen sind, also mehrere korrekte Lösungen haben können. Wie kann man sowas machen? Dabei schauen wir uns dann an, wie man eigene Bewertungsalgorithmen einbauen kann. Custom-Marking-Algorithmen heißen die in Numbers. So, gehen wir mal in Teil 6 rein. Da habe ich hier schon meine mehrdeutigen Lösungen. Die lasse hier aber erstmal auf der Seite liegen. Ich möchte jetzt so ein Examen, so eine Prüfung zusammenstellen. Da gebe ich jetzt einen Namen. Probe. Test. So. Das Erste, was ich habe, ich kann mir Fragen zusammenstellen, was ich bis jetzt noch nicht gezeigt habe. In Numbers kann man auch nach Themen suchen. Also ich könnte zum Beispiel mal Kombinatorics suchen. Die meisten Sachen in Numbers sind leider englisch und da sieht man, ah, da gibt es einiges an Fragen. Jetzt mal nur in meinem Bereich. Zum Beispiel gibt es allein schon so ein Examen, aber egal. Das wollte ich jetzt nicht zeigen. Wir fügen mal eigene Fragen hinzu. Man kann Fragen sammeln in so einem Basket. Also wir könnten jetzt wieder hingehen und sagen, hier Numbers Tutorial. Da habe ich ja einiges schon gesammelt. Ich könnte jetzt sagen, ach, aus Teil 1, Grundrechnungsarten Version 2, packe ich mal in meinen Basket. Und aus Teil 2, ach, die Aufgabe mit den Zahlumwandlungen, die war eigentlich auch fein. Da sehen Sie, das ist jetzt hier alles so in meinem Shopping-Card quasi drin. Und vielleicht auch nochmal was aus Teil 4, das mit der Matrizenrechnung. Das gebe ich da auch noch rein. Und die Quader, ach, das war ja eigentlich nett. Und dann vielleicht auch noch aus, ja, vielleicht noch Teil 5 was nehmen. Teil 5, das mit den Potenzfunktionen. Das war doch eine nette Aufgabe. So, jetzt sind die alle in meinem Basket drin. Jetzt gehe ich mal wieder in meinen Teil 6, öffne meinen Probetest und habe jetzt hier einiges in meinem Basket. Und die Sachen aus dem Basket füge ich jetzt mal alle. Der Prüfung hinzu kann hier natürlich auch die Reihenfolge noch verändern. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich einfach auf meine zuletzt bearbeiteten Fragen zugreife und so die Aufgaben zufüge. So, dann kann ich sagen, gibt es einen Path Threshold. Also gibt es eine Punktzahl, ab der das Ganze als dem Schüler, der Schülerin oder den Studierenden positiv abgeschlossen markiert werden soll. Da nehmen wir natürlich 50 Prozent. Nächste Einstellung. Es gibt so etwas unterschiedliche Themes. Wenn wir jetzt mal gucken, hier das Standard Theme, das sieht so aus. Da muss man erst mal auf Start klicken. Da hat man hier so eine Navigation auf der Seite und daneben dann die Fragen. Jetzt können wir vielleicht mal das andere Theme School nehmen und uns das auch noch mal anschauen. So, das ist eigentlich nur so etwas vereinfacht. So, das ist jetzt vielleicht nicht so interessant. Ich gehe mal wieder zurück auf Standard. Allow students to print question content. Soll man das machen? If this is turned on, all questions will be off. All questions will be hidden when the exam is printed. So, ist halt so eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn Sie das jetzt in einer sicheren Prüfungsumgebung im Moodle verwenden würden, würden Sie das wahrscheinlich ausmachen. Wir lassen das mal an. Jetzt gibt die Navigation, zweites Sicherheitsfuture. Man kann dann Passwort eingeben. Dann, was ich, da kommt es jetzt drauf an. Ich nutze solche Examen auch für formatives Assessment. Also stelle so kleine Tests zusammen, gebe die ins Moodle rein. Die Studierenden können dann da selber sich versuchen. Und dann ist das natürlich gar nicht blöd zu sagen, ach, die dürfen sich auch mal andere Zahlenwerte anzeigen lassen. Wenn man das nicht will, also wenn man sagt, na, denen soll schon zufällig eine Aufgabe zugelost werden, aber die dürfen dann nicht ständig klicken, bis sie andere Zahlenwerte bekommen, dann würde man das ausstellen. Sequential, das ist der Modus, der im Moment eingestellt ist. Und da schaut das eben so aus, dass die Aufgaben hier mit dieser Navigation auf der Seite sind hintereinander weg. Und die andere Einstellungsmöglichkeit, die man hat, ist Choose from a Menu. Können wir uns auch noch mal anschauen. Startseite sieht ganz genau so aus. Und dann hat man halt diese Übersichtseite. Das ist so meine Lieblingsansicht, wenn ich so ein formatives Assessment mache. Dann gehe ich noch hin und sage, Frontpage brauche ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich so eine Übersicht, achso, jetzt habe ich das, das hat er scheinbar nicht übernommen. Show Frontpage, so, schauen wir noch mal. Das sollte eigentlich da nicht kommen. So, genau. Da war ein Reload-Fehler. Potenzfunktion, da kommt man halt immer relativ direkt dann zu den Aufgaben. Wenn man eine richtige Prüfung macht, sequential gar nicht schlecht. Enable Steps. Wir haben hier gar nicht solche Aufgaben mit so, wo nacheinander nur einzelne Teile angezeigt werden, brauchen wir also nicht. Jetzt ist die Frage Reveal Answers to all Questions. Das ist jetzt Geschmacksfrage. Wenn Sie eine Prüfung haben, wollen Sie vielleicht gar nicht, dass am Ende die Lösungen angezeigt werden. Dann würden Sie sagen Never. Ansonsten ist die Standardeinstellung, naja, wenn der den Test komplett durchgeführt hat, dann darf der sich auch die Lösung anzeigen lassen. Dann gibt es noch When Entering in Review Mode. Diesen Review Mode gibt es nur dann, wenn Sie die Prüfung tatsächlich in so ein Lernmanagementsystem wie Moodle einfügen. Ich sage jetzt mal Never. Warum werden Sie gleich sehen? Confirm before leaving the exam. Das ist ja eigentlich in Ordnung. So, weil jetzt werden wir den Test probehalber tatsächlich einmal durchführen, beziehungsweise werde ich den nicht ganz durchführen. Das würde dann wahrscheinlich doch etwas lange dauern. Aber 26 plus 13, das kriegen wir ja vielleicht gerade noch hin. Da haben wir also 39 und Abschnitt einreichen. Wunderbar. Da habe ich da schon mal meinen Punkt. Die transponierte Matrix, das kriege ich auch gerade noch hin. 2, 1, 7, 3, 9, 3. So, jetzt gehe ich mal Abschnitt einreichen. Ist immer wichtig, muss man immer machen. Und jetzt sage ich, okay, 2 von 17 Punkten. Ich bin der Minimalmensch. Ich sage, damit bin ich schon zufrieden. Test beenden. Okay. Dann habe ich hier meinen Test und sehe, aha, da habe ich zwei Punkte erzielt. Könnte auch nochmal auf die einzelnen Dinger draufklicken und würde dann nochmal sehen, wo habe ich eigentlich meine Punkte gekriegt. Sehr interessant. Ergebnisse ausdrucken. Da kriegt man dann so ein PDF, kann man sich erzeugen lassen oder das auch tatsächlich physisch ausdrucken, wo alle Aufgaben mit den Lösungen, die man selber eingegeben hat. Hier sehen Sie meine 39, ausdruckbar sind. Das ist natürlich gut so fürs Bookkeeping. Wenn man den Test durchführt, könnte man sagen, bitte speichert das nachher alle als PDF ab, falls mal irgendwas nicht klappt beim Ergebnis in Moodle abspeichern. Oder wenn man an der Schule, an der UDI gar kein Moodle hat und muss das sozusagen in dieser Standalone Version nutzen, ist das die beste Möglichkeit, die Ergebnisse zu sichern. Ja, jetzt gehe ich nochmal wieder zurück auf meinen Probetest. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat der Einstellung. Ich sage jetzt mal, ich bin mit der ganzen Schose fertig. Sagen wir mal Reveal Answers. Ah, On Completion ist schon in Ordnung. Und jetzt könnte ich eben sagen, Download SCORM Package. SCORM ist so ein Standard, der entwickelt worden ist, um Prüfungsbeispiele in Lernmanagementsystemen einbauen zu können. Und Moodle kann mit diesen Dingen umgehen. Wenn ich jetzt hier in meinem Moodle-Kurs bin, kann ich das hier hochziehen und sage, das ist ein Lernpaket. Ich muss jetzt einen Moment Geduld haben, bis mein Lernpaket hochgeladen ist. Und jetzt kann man das starten. Und dann sehen Sie, hier wird mein Numbers geladen. Das hier da auf der Seite, da mit dieser Struktur, das nervt noch etwas. Das sind jetzt einfach Moodle-Einstellungen. Da muss man ein bisschen spielen, dass man da das Richtige findet. Ich muss da auch jedes Mal etwas suchen. Kursstruktur im Lernpaket anzeigen. Da sagen wir einfach deaktiviert. Kursstruktur auf der Eingangsseite anzeigen. Übersicht überspringen. Immer Dashboard und Anfangsseite brauchen wir eigentlich nicht. So, was man hier auch noch einstellen kann, ist, wann ist das verfügbar? Dann Bewertung, Höchstnote, Versuchsmanagement, wie viele Versuche hat man das durchzuführen und so weiter. Das sind so Standard-Moodle-Einstellungen. Da werde ich jetzt nicht mehr viel darüber erzählen, weil das ist ja hier kein Moodle-Kurs. Also Speichern und Anzeigen. Ich starte die ganze Geschichte nochmal. Und da kann ich meinen Versuch dann hier bearbeiten. Und jetzt habe ich dann nicht mehr diese nervige Navigation auf der Seite daneben. Wenn ich jetzt fertig wäre mit meinen Nullpunkten, klicke ich hier wieder auf OK. So, und da habe ich meinen Überblick. In diesem Fall auch in der Variante, wo die richtigen Antworten und die Lösungshinweise mit dabei stehen, weil das hatte ich ja vorher so ausgewählt. Das war die Geschichte mit den Examen, wie man die einbietet in Moodle. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das als einfache ZIP-Datei herunterzuladen. No Scorm steht da auf der Seite. Dann kriegt man einfach einen Haufen HTML-Dateien und Bilddateien und so weiter. Die kann man dann auf irgendeinen Internet-Server hochladen. Oder man kann die auch einfach auf einen USB-Stick packen und dann mit der Startseite Index HTML aufrufen. Das zeige ich jetzt aus Zeitgründen mal nicht. Ich zeige, wo man vielleicht schnell hinkommt an den Punkt und was so ein bisschen Arbeit erfordert. Letzte Art von Aufgaben, Aufgaben, die uneindeutige Lösungen haben. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Rechteck hat den Flächeninhalt A gleich 2695 Flächeneinheiten. Das gübte Auge erkennt, da hinten steht eine 5. Also ist das auf jeden Fall durch 5 teilbar. Geben Sie mögliche ganzzahlige Seitenlängen A, B an, die dieses Rechteck haben kann. Also irgendwas mit 5 wird auf jeden Fall funktionieren. Jetzt ist schon relativ spät am Abend. Ich bin faul. 2695 dividiere ich mal durch 5 und komme auf 539. 539 und 5. Abschnitt einreichen. Wunderbar ist richtig. Aber es geht natürlich auch 5 und 539. Und Sie sehen, das wird hier korrekt beides erkannt. Jetzt kommt vielleicht noch ein Scherzkeks und sagt, naja, 1 und 2695 geht ja auch. Ist auch eigentlich vollkommen richtig. Aber hier kriegen Sie eine Strafe. Eine Seitenlänge 1 ist Fahrt. Das wollte ich eigentlich nur zeigen. Man kann auch Punktabzüge einbauen. So ähnlich habe ich das hier gemacht. Geben Sie einen Normalvektor an zu minus 1, minus 2. Wenn Sie clever sind, schreiben Sie einfach 0, 0, weil 0, 0 ist eh immer ein Normalvektor. Aber da 0, Vektor ist Fahrt. Okay, da müssen wir das woanders machen. Sagen wir mal minus 2 und 1 wäre doch eine Möglichkeit. Ja, das ist korrekt. Andererseits wäre aber auch 2 und minus 2 eine Möglichkeit. All diese Möglichkeiten werden korrekt erkannt. Hier ist noch ein anderes Beispiel. Lämmer von Besou. Ganze Zahlen finden so, dass R mal eine Zahl plus S mal eine andere Zahl gleich ja oft der GGT oder ein Vielfaches vom GGT gilt. So und da gibt es Standardverfahren, wie man die findet, der weiter der euklinische Algorithmus. Aber es gibt manchmal eben auch Möglichkeiten, geschickt davor zu gehen und einfachere Lösungen zu finden. Auf die Aufgabe gehe ich jetzt mal nicht weiter ein. Aber bei den ersten beiden Aufgaben zeige ich Ihnen, wie das funktioniert. Eine Sache vielleicht erst mal, das läuft auch wieder alles gesteuert über Variablen, was ich Ihnen bis jetzt noch nicht gezeigt hatte. Man kann variablen Gruppen erstellen. Das ist ganz hilfreich, wenn man so eine Aufgabe mit mehreren Aufgabenteilen hat, wo die Aufgabenteile inhaltlich nicht so viel miteinander zu tun hat. Dann hat man das hier etwas sortierter angezeigt. Ich zeige die ganze Geschichte jetzt mal für Aufgabenteil A. Das sollte eigentlich reichen, um mal das Prinzip gesehen zu haben. Ich mache das hier so, dass das ist wieder so ein bisschen Spielerei mit den Zufallszahlen, sodass ich welche finde, dass es auch möglichst viele verschiedene Lösungen gibt. Erzeuge ich dann hier ein Produkt und eine Möglichkeit, das aufzuteilen, ist jetzt 635. Aber wie gesagt, ich könnte auch zum Beispiel hier einfach nur den Fünfer hernehmen und dann die ganzen anderen Primfaktoren hier hinten ins B geben, wäre dann auch eine Lösung oder A und B vertauschen. Aber eine korrekte Lösung lasse ich mir mal erzeugen. Jetzt gehe ich mal in den Part rein, sieht wieder ganz normal aus, ist der Gap-Fill. Ich habe meine zwei Gaps und ich gebe auch als Antwort da wieder jedes Mal A rein und hier gebe ich jedes Mal B rein und überlege mir, wie viele Punkte pro Gap. Wenn ich das so jetzt lassen würde, würde aber nur diese eine einzige Antwort erkannt werden. Und jetzt kommen wir tatsächlich mal einmal in die Verlegenheit, uns mit diesem Marking-Algorithm auseinanderzusetzen. So, im Normalfall schaut das da so aus und man kann dann hier die Antwort eintippen und sieht dann unten, ob das passen würde zur Kontrolle. Jetzt sagen wir aber Use Custom Marking Algorithm. Und der Custom Marking Algorithm, der beginnt immer mit Mark. Die ganzen Asserts lassen wir erstmal auf der Seite. Hier in dieser Zeile, die ich jetzt markiert habe, steht, wann die Antwort richtig ist. Der Befehl für, wann die Antwort richtig ist, Correct If und dann eine Klammer und innen drin steht, was korrekt ist und dafür gibt es dann die Punktzahl. Da steht jetzt Interpreted Answer 0 mal Interpreted Answer 1. Ja, was sind eigentlich diese Interpreted Answers 0 und 1? Wir tragen hier mal was ein. 605 und 13. Ich schummel jetzt. Auf der Seite steht das schon. Und jetzt können wir mal schauen, was Interpreted Answer ist. Aha, 605 ist die erste Lücke und 13 ist die zweite Lücke. Und dieses Interpreted Answer 0 bzw. Interpreted Answer 1, das sind jetzt genau diese zwei Antworten. So, jetzt steht hier, wenn die interpretierte Antwort, also wenn das hier 605 mal 13 ist gleich n, dann wäre das korrekt. Noch mal in die Variablen geschaut, n ist das. Aha, also können wir hier über diesen Marking Algorithm eine Bedingung angeben, wann das richtig ist. Die anderen Bedingungen, die hier noch drin stehen, das sind alles Bedingungen, die sagen, wann etwas falsch ist oder Punktabzug erzeugt. Zum Beispiel das erste hier. Assert Interpreted Answer 0 ist gleich Floor Interpreted Answer 0 and Interpreted Answer 1 ist gleich Floor Interpreted Answer 1. Floor ist die Ganzzahlfunktion, die schneidet einfach die Kommastellen ab und die sagt, wenn das, Assert heißt immer, wenn das nicht so ist, also Assert heißt, wenn das nicht so ist, dass, wenn ich bei 605 die Nachkommastellen wegschneide und bei 13 die Nachkommastellen wegschneide, dann gib die Antwort, bitte nur ganzzahlige Lösungen, weil das heißt, dass mindestens in einem Fall jemand hingegangen ist und gesagt hat, aha, da kann ich ja auch mal sowas hinschreiben mit 605 und 13,4. Es stand aber da, es sollen ganzzahlige Lösungen sein. Achso, jetzt habe ich das wieder mit Kommata. Ja, das Zentraleuropäische. So, und dann sehen Sie hier bei Mark, False, bitte nur ganzzahlige Lösungen. Das erzeugt also diese Ausgabe. Hier unten ähnlich. Prüfe bitte, sind die interpretierte Antwort 0 und sind die interpretierte Antwort 1 beide größer 0, weil ich könnte ja auch hingehen und sagen, ja, mein Rechteck hat minus 605 und minus 13 als Seitenlängen und dann würde aber angezeigt, Seitenlängen dürfen nicht negativ sein und damit kriegt man eine falsche Antwort erzeugt. So, letztes ist etwas anders, das auch wieder Assert. Prüfe bitte, ob beide Zahlen größer als 1 sind, steht hier. Und wenn das nicht so ist, Subcredit heißt, ziehe die Hälfte der Punkte ab und schreibe dann eine Antwort hin, nämlich eine Seitenlänge 1 ist Fahrt. Also das ist eine langweilige Lösung. Und ganz genau so funktioniert das bei den anderen Aufgaben. Also man hat immer die Möglichkeit mit Assert zu sagen, die Bedingungen und die Bedingungen, wenn die nicht gegeben sind, dann sagt Fail bedeutet, aha, die Aufgabe ist nicht korrekt gelöst und gibt die Rückmeldung bitte nur ganzzahlige Lösungen. Und Correct If, das dient dafür zu sagen, was richtig ist. Und so kann man eben Aufgaben erstellen. Das müssten gar nicht unbedingt nur zwei Antworten sein. Nette Übung, wenn Sie selber mal was probieren wollten, wäre, Sie lassen drei Zahlen eingeben, die ein pythagoreisches Triple bilden. Und dann wäre es ja hier auch wieder relativ leicht. Da würde ich einfach sagen, Interpreted Answer 0 hoch 2 plus Interpreted Answer 1 hoch 2 ist gleich Interpreted Answer 3 hoch 2. Wenn das gegeben ist, ist es korrekt. Und da hätte ich auch wieder dieses, dass es eine mehrdeutige Lösung hat und dass man eben, um zu prüfen, ob die Antwort richtig ist, quasi mehrere Dinge miteinander kombinieren muss. So, und hier bei den Vektoren ist das im Grunde genommen genauso gemacht. Da kann man vielleicht auch nochmal hinschauen. Da ist die Interpreted Answer, ist der ganze Vektor. Und hier steht Dot Interpreted Answer, Komma P ist gleich 0. Dot, also das Punktprodukt, so heißt einfach das Skalarprodukt englisch. Sie kennen Cross, das wäre das Kreuzprodukt. Und Dot ist eben das Skalarprodukt. Und hier ist auch wieder, wenn die Interpreted Answer eine Matrix mit den beiden Werten 0, 0 ist, das würden Sie den Nullvektor nennen, dann ziehe die Hälfte der Punkte ab und sage, der Nullvektor ist eine fade Lösung. So, damit haben Sie jetzt schon was relativ Advancedes gesehen, was man mit Numbers machen kann. Mir wäre nicht bekannt, dass man irgendetwas Vergleichbares direkt in Moodle umsetzen kann. Und solche Dinge sind natürlich besonders schön, wenn man auch Aufgaben kontrollieren kann, wo sogar verschiedene Lösungen möglich sind. Die sind ja auch immer ganz interessant, um dann nachher darüber zu reden. Und dafür ist eben einfach Numbers super. Algebraische Eingaben, was wir in dem einen Video gesehen haben, mehrdeutige Lösungen sind möglich. Und es ist auch stark erweiterbar. Darauf will ich jetzt mal weiter nicht eingehen. Aber hier für die dritte Aufgabe lasse ich einen euklidischen Algorithmus rechnen. Und da ist das tatsächlich so, der ist in den Standardfunktionen nicht drin. Es ist aber einfach möglich, auch JavaScript-Funktionen selber zu schreiben oder sich, wie ich das gemacht habe, irgendwo aus dem Internet zu besorgen. Und die können dann in Numbers eingebaut werden und können dann bei den Variablen benutzt werden. Hier zum Beispiel mein Besou. Das greift dann auf diese JavaScript-Funktion zu. Und das ist wirklich super. Aber das ist dann wirklich was, wenn Sie da nicht hobbymäßig ein Interesse dran haben oder wenn Sie nicht auch das Fach Informatik haben, wenn Sie sich da vielleicht nicht rantrauen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Lust gemacht, sich näher mit Numbers zu beschäftigen. Alle Aufgaben, die in diesem Kurs erstellt worden sind unter der Earl frei zugänglich. Ja, das war's dann mit dieser kleinen Reihe von Tutorials.